Na gut, reden wir erstmal wieder mit Leonard. Bist du dafür bereit? Jo. Was hat er denn? Maulwurfbär, Megatower, Spektrallöwe, Dodo, Paduga und ein Killing. Okay. Gut. Fangen wir jetzt mal Feuersturm. Okay, endbeben. Eissturm. Aber Casey tut's natürlich wieder mal ein bisschen Müllbeben, mit der Schimmer. End. Nicht schlecht. Scheinbar kannst du es jetzt in einem Unterkampf mit mir aufnehmen. Aber denk dran, das war nur ein Test, um dich zu sehen, ob du mein Rivale sein kannst. Bei unserem nächsten Kampf werde ich mich nicht mehr zurückhalten. Wovon redest du da? Ich für meinen Teil habe mein Bestes gegeben, um Novia zu besiegen. Wie dem auch sei, unser Wettbewerb, den Schlüssel der Macht zu finden, ist noch im Gange. Aber ich habe direkt westlich von hier eine weitere Katakombe entdeckt. Der Schlüssel muss dort versteckt sein. Okay. So, ich werde mal die Ulti sehen. Meteoritensturm. Rumpf, 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 rumpf. Geile Animation auf jeden Fall. Wow, feld plus fünf. So, du bekommst Beteiligungstreffer und als Ulti benutzen Wandsatz. Ja. Ah, hier ist ein Teleportationskursal, sehr schön. Soll ich da noch hoch hin? Okay, das wird schon auf der Karte aufgedeckt, wo das ist. Okay, finde ich sehr gut. Okay, da ist wieder ein Park drin geparkt. Jawohl, und da haben wir einen Ausdauerring plus fünf. Aber ich gehe erstmal hier hin. Das ist kein Problem. Süßi. Lassen wir zwei Kissen brauchen. Viertel Plus fünf und heute Kissen Level drei. Gibt es hier wirklich sonst nichts mehr? Was ist da? Was ist da? Hä, krass. Moment, das sieht ein bisschen aufhörig aus. Ja, zeig ich doch. Wie stehen wäre. Ja, also hier gibt es doch schon einiges zum Aufdecken. Hm, Phoenix-Nährung. Sehr schön. Ach, Julia. Gib auf, Alchemist. Du kannst nicht mehr fliehen. Oh, wie demütigend. Kannst du mich zumindest meinen Namen ansprechen? Du sprichst mit... Balala, vom uralten Orden der Alchemisten. Hey, Lufia. Dieser Alchemist hat mir aufgelauert und mich zu einem Hüter-Duell herausfordert. Vermutlich, um meinen Spektralgleiter zu stehlen. Ich habe ihn natürlich besiegt. Jetzt sitzt er hier fest. Sollen wir ihn befragen? Hm, ich weiß nicht, was dieser Narr Osthanes oder der Verräter Rathes dir erzählt haben, aber von mir erfährst du nichts. Matuk ist für Schaden, ja? Ich denke, er würde jemandem wie dir sowieso nichts Wichtiges anvertrauen. Nun gut, ich sollte diesen Alchemisten zu den Zellen im Festungs-Stungeon bringen. Das heißt, es liegt an Leonard und dir, den Schlüssel der Macht zu finden. Viel Glück. Okay. Es ist seltsam, dass dieser Alchemist hier war, oder? Nur wir, Eric, Leonard und Julia wussten, dass die Tür zur Unterwelt offen ist. Die Alchemisten müssen irgendwie davon erfahren haben. Das bedeutet, dass sie uns auf der Spur sind. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Staffel, Lufia. Wir sollten äußerst vorsichtig sein. Ja, wir sind vorsichtig. Großer Trank. So, jetzt müssen wir eh eine Etasche nach Rubin. Wo wir Gott sei Dank schon die Wand weggemacht haben. Genau hier. Wollter Sturm. Cool. Du hast jetzt auch Level 40 erreicht. Sehr schön. Hochspannung Level 4 und... Ja, macht Blitz satt. Genau. So, die Wand ist ja schon... Okay, genau. Dann gehe ich jetzt erst mal hier nach oben wieder. Okay, da ist die Wand dazwischen. Okay, dann nach oben komme ich gleich locker hin. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. So, Schatz. Ne, oh Gott. Ne, 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 ne. Der Stein ist bestimmt da nicht nach unten. Einigungsstein. Ne, ne, da ist kein Rode. Der andere Satz ist nicht in Kisse. Okay. Hm. Okay. Jetzt habe ich da den Weg freigemacht. Okay. Okay, da ist noch die Mauer. Also die Wand noch im Weg. Wand. Also ihr merkt dieses Rätsel-Schalter-System hier in dem Dungeon jetzt, ne? Oh, Hallöchen-Kiste. Orange. Ah, okay, Moment. Moment, 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 Moment. Das mache ich... Obwohl, ne, Moment. Ich decke jetzt erst mal da die Seite auf. Mhm. Silber. Mhm. Dann kann ich nämlich da nach oben gehen. Okay. Königsserum. Ja. Der hat scheinheilig gelacht. Ihr kleines Spitzbuch. Ja. 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 Jawoll. Komm ich dann mit dem... ...Kai? ...Hin? Nee. Oder von... ...der Seite? Oder hier irgendwie... Ja, das Spiel will sowieso, dass wir jetzt hier hingehen. Toll! Mhm, dann kann ich den nämlich wieder aktivieren. Da. Moment. Aha! Ah, da ist jetzt ein Haken. Okay. Jawoll. Ach! Ich dachte, ich könnte die Steinfrücke wieder herstellen. Schade. Der will abzeichnen. Der will abzeichnen. So, die zwei Skillpunkte noch verteilen. Donnerschlag und Wuchern. Oh, du kannst jetzt noch in Level 2 und das war's. Okay. Ah, da haben wir jetzt einen Weg zum Sonnenpalast hergestellt. Schön. Okay. So, dann gehe ich erstmal hier weiter. Ah, das ist auch ein kleines Rätsel mit dem komischen Typ. Ach Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Da gab's irgendwie einen kleinen Trick. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das ging. Ich gehe erstmal hier weiter. Ich glaube, man musste ihm irgendwie den Weg abschneiden. Wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja. Ja. Okay, okay. Moment, ich glaube, ich weiß wie. Ja, ich weiß wie. Damit er auch ja nicht abhauen kann. Deswegen sind nämlich da auch die Schalter da. So, jetzt muss ich nochmal kurz zurück, glaube ich. Ich glaube, so war das auch, das Rätsel. Das Rätselslösung. Ah, da ist der. Hä, warum ist denn hier schon wieder? Warum ist das schon wieder auf? Äh, hat das so zugemacht? Äh, hab ich mich doch ein bisschen zu früh gefreut. Ah, ne, doch. Das wird doch richtig. Ja, jetzt verwandelt er sich nämlich. Und das ist jetzt ein Champ. Der sogenannte Spinner. Ja, der spinnt wirklich ein bisschen rum. Ah, Mama. Cooler Wurf. Das sieht cool aus, die Animation. Oh, da bekommen wir aber einiges. Jawoll. Das war halt ein... ...Champion. Monster. So, den haben wir jetzt mit Bravour abgeschossen. So, das war das. So, jetzt... Habe ich ja... Ah, ne. Im unteren Teil... Da sind noch kleine Kartenknuppel, die ich jetzt unbedingt aufdecken möchte. Ach ja, dann komme ich hier nur... ...und gut. Ne, Moment mal. Moment mal, dann muss ich ja doch hier... Ne, Moment mal. Moment. Wie... ...leuchte. Moment mal, wenn ich jetzt... ...ne, der ist nur einmal nicht zu aktivieren. Moment. Ich überlege gerade, wie ich das am dümmsten mache. Dann muss ich ja den unteren Schalter dort alles mal wieder aktivieren. ...obwohl, ne, eigentlich ist das egal. Ne, der kann ruhig hier so bleiben. Muss ich den oberen nochmal aktivieren? Hört mir ja nichts ein, doch... ...und ich spreche. Sonst komme ich ja hier überhaupt gar nicht mehr raus. Sonst komme ich hier überhaupt gar nicht mehr raus. So, Moment mal. Ich weiß, wie ich das mache. ...oh, Moment... ...obwohl... ... Nee, scheiße, Moment, zu früh gefolgt. Wollte, ey. Nein, das wollte ich nicht. Muss ja voll den Obenweg machen jetzt, ey. Muss ich ja doch, genau. Nee, Quatsch, Moment. Ich nehme mal kurz die Kämpfe hier mit. Ja, das ist ein kleiner Irr-Dungeon. Also hier muss man wirklich gut aufpassen, wie man das jetzt macht. Wollte, warte mal... Nee, da war ja die Mauer, die große Wand da, ja stimmt. Rechts von uns jetzt, da der kleine Kartenknobel auch noch nicht aufgedeckt ist. Glaube ich zumindest, dass das das war. Mit der großen Mauer. Ich will erst mal das aufdecken, wo ich jetzt gerade war, auf jeden Fall. Es müsste ich ja weiter nach links gehen können. Genau. Sehr schön. So, dann kannst du nach unten wieder. Da komme ich nämlich oben, ohne Probleme. Auch wieder weiter. So, ihr seid besiegt. Genau, da kann ich hier diese Kriste holen. Wäre ein Plus. Sehr schön. So, und jetzt... ... kann ich... ... erst mal hier nach oben... ... und noch... ... und jetzt mit den oberen Teilen noch aufdecken. Gut. Ach so. Ach so. Ach ja, ja. Doch, doch. Moment. Das passt, ja? Genau. Obwohl, nee. Warte mal. Nee. Doch! Moment. Die Plattform muss ja nach unten. Das ist schön. Das ist eigentlich ein bisschen verwirrend. Ja. Das kann ja jetzt so bleiben. Ich kenne jetzt jetzt ja auf. das wird da sein, das ist eigentlich? Ja. Ich mache das. Ah, scheiße. Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Wissen irgendwie? Wie? Die Wand nach unten bekommen. Oder nach unten. Moment. Wo ist sie jetzt? Ne, die ist immer noch. Hä? Ich versteh gerade etwa an. Ah, nee, das ist die Wand gewesen. Ah, ja, ja, okay, Moment. So, ich mach die auch mal lieber wieder nach unten, damit da oben der Weg frei ist. No. So, jetzt... ja, okay, jetzt ist der Weg frei. So, jetzt kann ich dich wieder nach unten hinbringen. Ja, das ist echt... Gott, ey. Ein richtiges Kuttelmuddel hier, ey. Mit den Schaltern. Aber das ist auch das Knifflige an diesem Dungeon jetzt. Das soll ja auch ein bisschen kompliziert und schwer sein. Oh. So, so, so. Oh. Oh, okay.